So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Und zwar heute wollen wir auf eine ganz besondere Szene schauen. Und zwar, wie ihr alle wisst, hat ja gestern der UN-Klimagipfel stattgefunden. Und dort kam es wirklich zu einer ganz, ganz herrlichen Szene, über die sich, glaube ich, das ganze Internet köstlich amüsiert hat. Aber erstmal zum Framing. Also beim UN-Klimagipfel gab es eigentlich zwei Akteure, die unter ganz, ganz besonderer Beobachtung standen. Das eine war Greta Thunberg und das andere war Donald Trump. Bei Trump ist es so, er ist verspätet auf die Veranstaltung gekommen, in den Veranstaltungssaal und auch nicht lang geblieben. Das muss man auch dazu sagen, weil er eine Parallelveranstaltung hatte. Das heißt, er war irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar unter einer Stunde, aber ich weiß es nicht genau. Müsste mal nachlesen. Und Greta natürlich, glaube ich, im Moment eine richtige Popfigur bei den Klimaaktivisten. Und dass, wenn die beiden natürlich aufeinandertreffen, dass das dann super interessant ist für Presse und Medien. Das war natürlich eigentlich klar. Und so geschah es dann, dass Donald Trump den Saal betrat, natürlich umgeben von ganz, ganz vielen Pressemenschen, die ihn dann reingeleiteten, um die besten Fotos hinzubekommen. Und im Hintergrund sah man dann Greta. Und wie es aussah, oder wie ihr Blick aussah, als er reingekommen ist, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, das war krass. Wenn Blicke töten können, sagt man in so einer Situation. Und das sah wirklich krass aus. Ich fand es aber auch, ehrlich gesagt, super lustig. Keine Ahnung, ich habe mich darüber köstlich amüsiert. Ich glaube, egal auch, auf welcher Seite man steht. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, muss man einfach lachen. Ansonsten wünsche ich mir von euch, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr von den beiden haltet, auf wessen Seite ihr steht. Vielleicht steht ihr auch auf gar keiner Seite und habt einfach noch eine dritte Meinung. Aber ja, was haltet ihr vielleicht von Trumps Engstörnigkeit in Sachen Klimapolitik, beziehungsweise was haltet ihr von der Festgefahrenheit und ja, dieser Popfigur Greta Thunberg. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.